hallo und herzlich willkommen zu einem neuen flohmarkt pickup video ja wie ist bei euch das wetter da draußen beziehungsweise was für ein wetter habt ihr eigentlich denn bei mir jetzt ist gerade ein bisschen wolkenfrei und dennoch soll es nachher wieder regnen und heute habe ich richtig glück gehabt denn ja gestern hat es geschüttet ohne ende und heute war es trocken und ja ihr seid nun gespannt habe ich auf diesem flohmarkt was gefunden das werden wir gleich sehen momentan ist das wetter wirklich unbeständig gestern war ein dorfflohmarkt angekündigt wo ich immer sehr gerne einmal im jahr hinfahre und ja auch wenn er weitläufig weitläufig ja ist ja schon sehr viele häuser machen aber mit und man findet auch immer richtig schöne sachen aber es hat geregnet richtig schön geschüttet und ja das war samstag übrigens an wo dieser flohmarkt stattfinden sollte und konnte konnte ich knicken also im endeffekt er sollte um zehn los gehen und es hat ab 8 uhr richtig durchgeschüttet und auch mit starkem wind verbunden da brachte es nicht vorbeizuschauen also ich habe es versucht weil wir sowieso auf dem weg vorbei waren weil wir freunde besucht haben in kiel ich grüße mich an dieser stelle aber ja es hat sich nicht gelohnt vorbeizufahren dass der baut auf bei wenn es wenn es in strömen gießt klar es gibt ein paar hartgesottene weil die auch unter carports vielleicht stattfinden naja was soll's wir haben ihn ausgelassen so ist es eben ja und jetzt war am sonntag noch ein kleiner straßenfrohmarkt das war so eine kleine mini siedlung kann man sagen mit jeweils ja das war ein kleiner siedlungsbereich da waren kann man sagen etwa sechs straßen die da zusammenhängen in der nähe war ein supermarkt wo man parken konnte und die straßen die waren so die eine war knapp 400 500 meter lang und die anderen straßen jeweils 200 da war eine menge aufgebaut und da bin ich heute morgen durchgestöbert das wetter hat am anfang noch ganz leicht genieselt als ich da hingefahren bin das war wirklich nur zehn minuten eine viertel stunde von mir entfernt aber als ich schon ankam war es vorbei ich war rechtzeitig natürlich da denn später war der park das rappe rappe voll dem rief mich noch ein freund an ja bist du denn überhaupt schon flummert gewesen ich habe das habe ein buch von die sie gefunden mit schönen cover motiven ich habe es gesehen war nicht meins deswegen habe ich nicht mitgenommen freue ich mich für mein kumpel ich grüße dich auch an dieser hinsicht du brauchst ja auch diese videos ja aber ich bin halt sehr früh durch gewandert aber was heißt früh die haben neun wo angefangen und ich war halb neun da viele haben gerade ihre tische hingestellt deswegen bin ich dreimal abgelaufen den ganzen flohmarkt das ging eigentlich war überschaubar war aber sehr interessant die siedlung selbst kann man sie einschätzen das war gemischte wohnsiedlung es waren junge menschen die da wohnten so um die 30 bis 40 kann man so grob sagen mit kindern es war sehr viel kinder baby zeug da dadurch war schon eigentlich eine gemischte palette könnte man sagen denn es war wirklich ganze menge trödel also es war wirklich sehr sehr viel trödel von geschirr über töpfe über gläser irgendwelche bilder also es war wirklich viel trödel und da war auch bestimmt schöne sachen dabei nichts was mich jetzt interessiert aber man konnte so stöbern und wie gesagt ich bin als erstes durchgegangen und da war eine frau die hatte schimpfe gesammelt von peo die alten schimpfe die klassischen wirklichen von die figuren und oder von schleich war das glaube ich sogar nicht wo die schleich waren ein paar schöne dabei ich habe einige die ich in meiner kindheit hatte die habe ich bereits ich suchte nicht so viele ich wollte den astronauten schlumpf haben den hätte ich mir noch mal gern gekauft der war jetzt nicht dabei aber egal ich sah da zwei drei comics die habe ich aber auch bereits schon aber was mir gefallen hat war dieses sticker album ein wunderschönes sticker album dass hier steht kein datum drauf aber inzwischen habe ich nachgeforscht dieses sticker album kommt aus dem jahr oder ist aus dem jahre 1978 von amerikaner münchen die sticker wenn die zu finden sind auch wahnsinnig teuer inzwischen also ich habe glaube ich sechs sticker und die sollten 12 euro kosten bei ebay gefunden das album ist auch nicht so häufig zu sehen und es werden auch recht teuer es sind viele sticker die sind so wie hier ihr könnt das sehen und ich werde auch das mal ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen durchblättern aber auch für ein kleines video zwischendurch ja auf jeden fall ist das richtig schön am anfang gibt es auch ein paar größere bilder hier so einseitige ansonsten ergänzt man die motive richtig interessant gemacht ich kannte das ich weiß nicht ob ich nicht kenne es kommt mir bekannt vor aber irgendwie auch nicht also in dem sinne ja habe ich das begeistert und ich habe dafür einen euro bezahlt und das habe ich ganz gerne gemacht habe ich auch nicht gehandelt das fand ich fair und es geht für das zehnfache bei ebay weg auch unvollständig naja auf jeden fall mir hat sehr gut gefallen und und ja genau und wie gesagt es war schon sehr amüsant so ein klassisches teil zu finden weil die dame war auch älter und ja halt eine ältere sammlerin wie wir ich ja auch obwohl die ja noch älter als ich wie dem auch sei ich bin da weiter durchgestimmert und ich zeige euch das jetzt ein bisschen sortiert weil ja wie soll man sagen ich habe ja auch geguckt mal waren die aufgebaut war nicht ich bin hin und her gelaufen dann habe ich bei einem stand wo ich auch eine blu ray gefunden habe und ein buch geschenkt bekommen habe das zeige ich euch aber später habe ich noch einen becher entdeckt ein popcorn becher aus dem kino aus metall und zwar indiana jones und zwar von die of destiny das ist richtig herausgearbeitet mir sehr gut gefallen den gab es für 50 cent und ich als indiana jones fan sagte ich mir das musste ich haben das ist ein bisschen gebogen aber gut das ist halt normal aber gut 50 cent nehme ich gerne mit ich habe ihn bei mir im kino nicht gesehen aber ich finde ihn cool oder was sagt ihr ich weiß noch nicht was ich da mache weil das ist wie so ein blumentopf ihr seht ja metall ich weiß noch nicht was ich da wie man das benutzen soll und ich glaube das ist auch das problem wenn man diese großen becher hat die sind zwar cool aber was soll man damit machen ich meine man kann da irgendwelche sachen drin sammeln und das als sammelbecher benutzen aber so ist einfach nur cool indiana jones ich mag ja sowieso indiana jones und auch schon richtig interessant ja so was habe ich denn noch gefunden wie gesagt 50 cent also ich sage euch alles was ich hier gefunden habe ich habe gerade mal 12 euro komplett ausgegeben das war eine flohmarkt wo ich nicht gedacht habe dass ich so wenig ausgebe weil im endeffekt habe ich schon für mehr ausgegeben und im endeffekt die hälfte machen die zwei computerspiele die ich gefunden habe also ich habe drei mitgenommen drei spoiler ist so ein bisschen aber im endeffekt haben die schon die hälfte des geldes ausgemacht so dann habe ich in einer grabbelkiste dieses diese bügelsticker gefunden von 2001 von digimon sieht man auch nicht so oft und ich nehme ja so mangakram wenn der ja etwas älter ist und irgendwie cool aussieht gerne mit ja und der hat mich genau zehn cent gekostet ich fragte was ich haben will ja gibt mir jetzt ich will zehn cent und ich musste mehr 50 cent stück wechseln ich habe nicht mal zehn cent dabei gab ja richtig cool in dem sinne kann passt auch das konnte das gegenteil davon ist ja pokémon und von pokémon habe ich auch was gefunden und zwar einen pin und zwar diesen pin ja ich blende ihn jetzt mal etwas größer ein ich kenne das monster auch nicht ich habe dafür ich habe da ja ein euro habe ich gegeben dafür und das stammt aus einer sonderedition mit einem kartenset gab es war lose da waren auch keine pokémon karten und dann denke ich mir sowas nämlich mit das ist ja ein schönes sammelstück und ich mag ja sowieso pins wenn ihr meine anderen flumark videos verfolgt habt also warum soll ich nicht mitnehmen die gleiche junge dame hatte da noch drei buttons die werde ich euch auch gleich groß einblenden und zwar von genshin impact das ist ein manga und anime und computerspiel das soll dabei gewesen sein als sie erst computerspiel gekauft hat ja gut kann ich nicht dazu sagen ich habe hier charaktere die ich nicht kenne sehr schön gemachte art was muss man ja auch dazu sagen so ist halt jetzt mal eins sind und jetzt seht ihr das noch mal alles zusammen weil wie gesagt ein richtig schönes bild oder richtig schöne motive besser gesagt und die gab's für 50 cent ich dachte erst die gehören zum spiel weil ich hier nur ein lia gelesen habe so ein abgegrenztes wort dachte ich von tales of cilia von tales of reise charaktere sind ja ein bisschen etwas sagen mir ein bisschen ähnlich aus aber nein genshin impact 50 cent weiß etwas wo ich die sache kommt das nämlich mit und fand ich auch gar nicht so schlecht dann habe ich eine kiste mit höchspiel kassetten gefunden dafür waren schon ein paar lücken vielleicht hat schon jemand welche weggenommen auf jeden fall ich hier drei alte gefunden und für die drei zusammen habe ich einen euro bezahlt war ich ganz erstaunt ich fragte was möchten sie haben ein euro dann ich war alle drei ja klar alle drei ok ich habe mitgenommen von astrid lindgren ist die geschichte rasmus der landstreicher und aus dem von karussell das ist hier interessanterweise sogar von polygramm eine kassettenfülle hier ist noch so hoch sieht man auch nicht alle tage rasmus der landstreicher das ist man sehen haben ein datum hier von 1974 kennen wir sprecher hier ja rasmus das ist ganz gesandt also der junge die hauptfigur wird gesprochen von santiago cismar santiago cismar ist bonchbob ja richtig interessant aber dann hält sich das auch in grenzen heinz rabe den sprecher habe ich schon mal gehört klaus jebsen habe ich auch schon gehört ist auch ein bekannter sprecher aber santiago cismar eine früher spongebob ja auch richtig cool wie gesagt fand sich mit zwei anderen zusammen für einen euro dann habe ich mitgenommen ist tat war teil zwei die kinder des captain grant von europa das hörspiel zu der julie vernünftung verfilmung zum wernbuch ist das hörspiel in zwei teilen hier kann man sehen das ist noch richtig oldschool die kassette leider nicht teil 1 hätte ich gerne gehabt damit man es hören kann ich muss mir mal irgendwie sorgen aber nicht schlecht wenn ich hier sehe welche alles dabei ist karlwalter dies ist auch eine bekannte stimme christian rode auch einer der sehr viel später scheller kumms gesprochen hat bisher verstorben ist leider hans meinhardt die stimme von onkel titus die klassische die bekannte ja heike linie kürting hat regie geführt richtig cool habe es noch funktioniert weiß ich natürlich nicht aber schöner klassiker sieht man auch nicht alle tage und genauso wie diese serie hier ist noch ein leider sonst karstadt sticker rest drauf das habe ich jetzt nicht abgemacht aber das kippt auch so stark dass ich glaube nicht mehr abzukriegen und zwar von nummer eins von in it bleiten die verwegenen vier reißen aus in it bleiten hat ja neben den fünf freunden mehrere so eine kinder abenteuer geschrieben und dieses hier auch ich guck gerade ob ihr ein datum steht leider nicht das ist das problem das ist auf jeden fall 80er jahre und früher hat man nun copyright geschrieben aber nie das datum hier ist christian rode der sprecher der erzähler kann man sagen denke ich mal und interessant fabian harloff spricht die hauptrolle den christ die anderen svenja und annika page und aparte pages kenne ich auch vom namen her hans meinhard wieder und wenn die durch eben halt und heike linie kürting und hd frances frances das dialog richtig cool habe ich noch nie um flummock gesehen und wie gesagt alle drei einen euro hallo was sagt ihr ein euro für diese kultigen alten klassischen hörspiel ja wo wir bei hörspiel sind hier habe ich die a1 was auch als hörspiel umgesetzt wurde und es muss mal wieder sein ein drei fragezeichen buch ich bin mir nicht sicher ob ich habe oder nicht der namenlose gegner ja hier gibt es unruhe in der nachbarschaft im vorort seven pints und die nachbarn ärgern sich bob und peter und justus die drei fragezeichen sollen so ein bisschen ja herausfinden warum da unruhe sind und dann wird bob leider niedergeschlagen und mal wird dass er sich mal wieder niedergeschlagen hat dann wahrscheinlich ein haschimitenfürst im kopf und verliert ein bisschen das gedächtnis und ein erzfeind der drei fragezeichen nutzt das aus macht bob zu seinem besten unruhe stifter kumpel spannende geschichte richtig gut muss ich jetzt mal roman lesen ich habe mich nur als hörspiel bisher gelesen gehört noch nicht gelesen aber da ich sowieso gerade kein buch habe muss ich sagen passt ganz gut dass ich das wohl als nächstes mir einfach mal schnappe zum lesen auch zum lesen ein roman mein bruder hat eigentlich alle komplett aber es gab es für einen euro ach so ich habe einen euro für das buch aufbezahlt als ich noch nicht gesagt habe eine fantasy serie mit mechs und die bücher sieht man nicht mehr alle tage und ich dachte auch nimm mal mit ist auch gutes tauschstuff battle tech von agert mayha das schwert und der dolch und die coole cover auch eine gut gemachte science fiction serie ist ja nach den brettspiel von battle tech richtig cool und fand ich so cool dass ich es haben musste oder mitzunehmen sieht man nicht so oft da ganz viele bücher es gibt 30 40 bücher und warum nicht so dann habe ich auch bei filmen und dvd ist immer wieder geguckt aber das gab sehr wenig es muss ich muss dazu sagen es waren sehr sehr wenig dvds und filme und blu-rays zu sehen und wenn dann war uns meistens alte disney filmen beziehungsweise zeichentrick filme von von heidi power patrol und so weiter da war schon einiges dabei also wirklich kleinkinder zeug das war nicht meins aber auf dem einen tisch lag eine blu-ray und zwar dragon ball z kampf der götter ich glaube dass ich nur die dis selbst besitze kein cover oder eine dvd nur das weiß ich gar nicht so muss ich selbst noch nachgucken habe ich noch nicht gemacht ja habe ich gesehen auch einen sehr schönen zustand und ich frage nur was möchte die dame haben übrigens da habe ich den indianos becher für 50 cent gekauft ja und was sagt sie mir 50 cent dafür nehme ich das auf jeden fall mit selbst zu tauschen wie gesagt glaube ich keine hülle gehabt und so habe ich den film jetzt in meiner sammlung komplett und vollständig ich habe ihn mal weil ich darüber geschrieben habe nur die cd bekommen auf short review habe ich darüber geschrieben und deswegen habe ich kein cover gehabt und jetzt habe ich es komplett und ja nun selbst wenn hätte ich sowieso mitgenommen zum tauschen und 50 cent das kann ich nicht nein sagen die damme hat mir gleich hat mir noch ein buch geschenkt also das werde ich euch auch noch gleich zeigen aber das ist kleine aber feine ausbeute ja so jetzt kommen wir schon zum bereich so ein bisschen in den computerspiel sektor denn das buch ihr werdet sehen gehört auch zum computerspiel bereich aber erst mal ein manga und gleichzeitig zum computerspiel und zwar the legend of zelda the twilight princess band 9 gab es für einen euro glaube ich für gerne mitgenommen cool man hat ja so viel schönen stuff den man gefunden hat ich muss das hier glaube ich mal ein bisschen anders hinbauen damit ich alles hier auf einen tisch kriege hat man selten wir haben letzter zeit so viel auf dem flohmarkt gefunden dass es nicht dass es den tisch sprengt und jetzt nicht cool ja so das buch habe ich geschenke kriegt richtiger wälzer also hier ist sind sogar us dollar hat 35 us dollar gekostet ist englisch und ich versuche es ist richtig schön aufgemacht wie so ein alter altes buch hat auch viele alte zeichnungen hier steht reis auf den nephilim denn es ist ein buch ist das book of kane von diablo 3 also ein computerspiel richtig cool geschenkt da sage ich doch nicht nein also gerade computerspiel ich frage ich fragte gar nicht ich habe mich mit ihr unterhalten es war so in der mitte des flomachs kann man fast sagen dann kam ich darauf weil ich den becher ich sag so recht cool und auch denn dann der anime man kann ich sagen das ist interessant man kaum computerspiele ich hab da was und dann kam das zutage aber die spiele wollte der mann behalten also in dem sinne spiele gab es kaum so kommen wir weiter zu den spielen bei dem wo ich das battle tech buch gefunden habe da gab es ein paar pc spiele drin war jetzt ältere spiele und commandos 2 mein bruder meinte ich hätte so ein dvd case war noch hier ist auf weiter magic 4 habe ich jetzt nicht mitgenommen der wollte aber auch wirklich wir haben wahrscheinlich wo denn das weggegeben hat naja jedenfalls sagt er zu mir als ich dann reingeschaut habe ach sucht ihr eins aus ich schenke dir eins ja gut dann habe ich mir ausgesucht command und conquer alarm zuvor 2 ich fand das etwas seltener und das empfand ich so sagen wir mal so ist ein spiel was ich selbst gespielt habe auch mal damals auf dem pc echtzeitstrategie kultig einfach ja gab es für geschenkt cool aber wie gesagt dieser flohmarkt war echt klasse wenig ausgegeben und echt coole sachen gefunden ich bin richtig schön happy gerade so ein altes schlümpfe teil was mich persönlich immer freut dieses retro stuff zu finden aber auch von allem etwas irgendwo auch wenn ich den becher noch nicht weiß wie ich ihn überhaupt aufbau wo ich ihn hinstelle so cool aber auch so unhaltlich ja also zwei computerspiele gab es einmal hier für den ds das spiel gibt es auch für die wii habe ich festgestellt aber ich habe es auch noch nie gesehen ist von dem rising star games von dem studio gemacht worden und von den entwicklern von sonic ja das soll doch viel versprechen seltsamer art style und zwar ivy is the kiwi es ist so jump and run ich habe das erst liegen sehen und sagte ich nachkommen zum kinderspiel weil das waren ja sehr viele kleinkinder ich habe später noch einen kleinen stapel ds spiele gesehen da waren aber überhaupt nicht so mahjong und diese typischen spiele die ich sehr uninteressant fand obwohl ich muss sagen ich habe da nicht wirklich stark durchgeguckt aber da war nicht wirklich was was jetzt mir aufgefallen ist da habe ich das ein spiel noch mitgenommen von dem von deren verkauf aber das hier habe ich jetzt da einzeln gesehen es war das einzige spiel erst habe ich gedacht auch komm lass die und dachte ich bin von die machen von sonic kann man ja mal angucken kannst einfach mal unverbindlich fragen was möchte die damme haben die sagte ja ich möchte drei euro haben einfach mal fragen auch zwei ja klar gibt mir zwei zwei euro für ivy sekiwi habe ich mitgenommen ich habe es noch nicht gespielt aber es sah interessant aus also in dem sinne warum nicht und ich habe festgestellt es ist gar nicht so ein häufiges titel und dann bei der anderen dame die später noch ein paar spiele ausgepackt hat die hatte auch eine wii zum verkauf mit zwei lenkräder diese habe ich aber nicht gekauft weil ich habe der wii und ja auch ein paar 0815 sports wie spiele aber unter den ganzen war dieses spiel und zwar 2 raider underworld alles in einem sehr schönen zustand alles top dabei und ich fragte was möchte denn dafür haben vier euro sagt sie und ich sagte sagte so ja weil sie fragte mich danach was wird es denn ausgeben ich sagte eben halt so maxim um die zwei euro gebe ich mal gerne aus sagt dann sagt sie heute vier haben kann es mir aber auch drei geben ja so war es und dann habe ich drei euro für tube braider und das war's das war diese ungewöhnliche kleine flohmarkt ausbeute vom straßenflogen heute ja momentan bezieht sich das wieder ich kann nicht sagen ob es jetzt noch anfängt zu regnen ist sollte mir jetzt egal sein denn ich war ja auf dem flohmarkt und mehr habe ich jetzt heute nicht in der nähe nächste woche bin ich mal gespannt da ist ein normaler flomarktausstatter der auch immer richtig gut ist und dann habe ich heute in der zeitung gelegen dass es auch eine straßenflomarkt bei mir wieder gibt in einer siedlung wo viel die sehr alt ist also eine sehr langliebige sieht so keine neue sie die neubausiedlung oder so da bin ich mal gespannt ich sollte muss mir noch mal die karte angucken wo mit gemacht wird das weiß ich noch nicht noch nicht dann kann man zum beispiel abschätzen wie es ist und da bin ich gespannt drauf und ja ansonsten das wollte es jetzt gewesen sein für mich mein highlight ist einerseits den janus jones becher auch wenn der film day of destiny nicht ganz meiner war aber der hat ist von den art motiven gefällt mir sehr gut aber auch das schlümpfe von 1978 dieses eigene beibung wer übrigens die sticker dazu hat und die abgeben möchte so weil ich das ist wie gesagt ich würde es auch vollständig kleben noch der kann sich gerne bei mir melden aber ansonsten das war es jetzt leiten teilen abonnieren darüber freue ich mich immer sehr und kommentieren sagt mir doch was ist denn euer highlight wie gesagt ich bleibe beim schlümpfe und bei dem indianer jones becher den ich einfach cool finde und ja jetzt seid wie gesagt ihr dran lasst es mich wissen und das war's ich wünsche euch einen schönen sonntag weiterhin und schaltet beim nächsten mal wieder ein bis dahin euer sascha ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020